... ... ... ... ... Hey. Was willst du hier? Wer hat dich reingelassen? Der Hausmeister. Sorry Sophie, ich wollte dich jetzt nicht erschrecken. Hier. Für dich. Simon. Wir hatten das doch ausführlich besprochen. Wir hatten unsere Zeit, aber ich liebe dich nicht mehr. Du bist ein wundervoller Mensch und du wirst bald wieder jemanden finden, der dich genauso liebt wie du sie. Das mit uns ist vorbei. Und ich glaube es wäre auch besser, wenn wir uns erstmal nicht mehr sehen. Der Abstand tut uns beiden ziemlich gut. Sophie. Das ist doch nur eine Phase. Ich... Ich kenn dich doch. Durch und durch. Wir haben schon so viel miteinander erlebt. So viele schöne Momente gehabt. Weißt du noch? Beim Ed Sheeran Konzert? Wir zwei auf dem Hügel. Eingekuschelt in eine Decke. Mit einer Flasche Wein. Ja! Das ist vorbei. Simon, ich möchte auch nicht unhöflich sein, aber ich muss an meiner Choril weiterarbeiten. Sophie. Sophie. Ich liebe dich. Wir sind füreinander bestimmt. Wir gehören zusammen. Bist du eigentlich bescheuert? Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen, du Rosa. Ich hab morgen meinen Auftritt und du kommst hier mit dieser Gefühlscheiße? Ganz ehrlich, werde endlich erwachsen. Außerdem bin ich seit vier Wochen mit Erkan zusammen. Der hat ein Kampfsportstudio. Und wenn der von deiner Stalkerei hier erzählt, hast du ein Problem. Also hau endlich ab, oder ich hole die Polizei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Musik